Ja, liebe Freunde, heute Abend mache ich mit der Schnecki eine Laston-Therapie Original Body. Eine der schönsten Massagen, die es gibt. Eine Mischung aus Energiearbeit, Massage und Temperaturen. Es ist eine Temperaturbehandlung, weil die Steine werden ja auf 56 Grad erwärmt und auch abgekühlt auf 1-2 Grad plus. Es ist so eine Art Gefäßtraining. Durch die Wärme werden die Gefäße weiter und Blockaden und Ähnliches lösen sich dann. Und durch die Kälte ziehen sich die Gefäße zusammen und das Gelöste wird abtransportiert. Wichtig ist natürlich, dass der Masseur Top-Energie hat. Und deshalb gehe ich zuerst noch ein bisschen Skiing in Sölden. Mittelpunkt aller Träume vom Berg und von der Massage. Die Steine sind draußen im Freien, wegen der natürlichen Energie. Zum Beispiel ja der Mond, aber auch das Licht und andere Sachen birken auf die Steine ein. Die Schwarzen, das ist Basalt, die werden warm gemacht. Basalt hält die Wärme sehr gut. Das ist eigentlich Lavagestein. Und die Weißen, das ist Marmor. Die sind für die Kaltanwendungen, die speichern die Kälte sehr gut. Das sind zum Beispiel Chakra-Steine, die werden auf den Chakren aufgelegt. Die Großmutter. Zehen-Steine für zwischen die Zehen. Das sind die Handsteine. Das sind die Arbeiter, mit denen wird massiert. Dann das Gleiche für die Kaltanwendungen. Und das da hinten, das ist das Wirbelsäulen-Layout. Da legt man sich praktisch drauf. Oben der Nackenstein. Und da sind noch zwei Pointers, dass man unten schön weit hineinkommt. Die Steine brauchen ungefähr eine Stunde, bis sie warm sind. Und da ist die Großmutter drunter. Vorne sind die ganzen Arbeiter, mit denen massiert wird. Das sind die Zehen-Steine. Und da die Handsteine. Das sind die Zehen-Steine. 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 Einatmen. Und ausatmen. Jetzt wird's kühl. Und jetzt ist es so schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.